Okay, okay, okay. Nächster Trailer. Wie spät es jetzt gerade ist, weiß ich nicht. Ist mir eigentlich jetzt auch gerade mal scheißegal, weil Wetter ist scheiße, komplett trübe. Meine Stimmung ist auch relativ, ähm, relativ unten. Nicht zuletzt deswegen, weil ihr mein erstes, weil das erste Weihnachts-Special von mir, von gestern, also wir haben heute den 30. dass wir es einteilen können, den 30. Hälften 2019. Ja, tatsächlich jetzt gar nicht so, so einen großen Anklang gefunden hat. Vielleicht habe ich es aber auch nicht richtig angekündigt. Und ihr wisst ja auch, die Situation, wie sie hier ist, ist tatsächlich auch nicht angenehm. Am liebsten wäre ich ja jetzt schon weg, aber das hat eben jetzt auch noch sicher auch mit dem Jobcenter was zu tun. Mitunter auch deswegen, dass die Variante erst so gegen Ende Januar umzuziehen, dann auch die wenigsten Komplikationen nach sich zieht. Ich gebe das jetzt mal zum Stimmungsbild hier. Ja, und ich habe heute das zweite Weihnachts-Special für euch auch wieder gesungen. Ich weiß, ich weiß, es ist wirklich vom Gesang her. Ja, da könnten jetzt die Trolle sich zu wahren, richtigen Kritikern entpuppen und da durchaus Kritik üben. Denn singen, ich kann es ja auch nicht so jetzt, es wäre jetzt echt zu viel Mühe, da jetzt noch Hall drauf zu setzen und was weiß ich. Mehr Bass oder mehr Höhen. Aber das ändert ja auch nichts dran, dass ich ja tatsächlich nicht immer die Töne so ganz richtig treffe. Also, wer es denn dann im Hauptfilm schauen möchte, es geht natürlich auch wieder ein bisschen um die Jassilana vielleicht. Ja, ja, ich kenne ja mein Steckenpferd neben dem SGB II. Und wer es dann sich anschauen möchte, bitte dann bei VK oder Bitshoot, die es bei WegnusTV anschauen. Hm, tja, die sollten dann schauen, eben, dass sie in ihrem Link dann, den sie sich in die Browserzeile kopiert haben, den genau untersuchen, dass da nämlich keine Leerstelle drin ist, denn nur so kann es funktionieren, das Hauptvideo. Viel Spaß dabei, freue mich auf Kommentare und so weiter und so fort. Macht's gut, tschüss.